Jetzt geht's hier, Herr Pauber. Herr Reichsführer, die russischen Panzer werden bald gegen unsere Grenzen einstürmen. Wenn wir keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergreifen, wird es grenzlig für das Reich. Ich brauche einen Offizier, der überlebt. Wer ist das? Lange nicht gesehen, Soldat. Ich gebe dir eine Chance. Du stellst deine russische Panzerversation zusammen. Wir werden mit diesen Tanken geschehen. Wir werden mit den Tanken geschehen. Wir werden mit den Tanken geschehen. Das sind die Gladiator, oder? Ich habe in der Bibel geschrieben. Das war eine Chance. Das war die Eine. Das war die Nase. Ich bin nur das B Ölger. Das war der Nase. Das war die Nase. Das war die Nase so. Das war die Nase. Tate zu mir. Das war die Nase. Und das war die Nase. Er die Nase. Das ist alles auf dem Weg! Ich krieg dich.